Guten Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Diesmal geht es um Battlefield 3. Hier schön extra einen schönen Desktop-Hintergrund wieder herausgesucht für euch. Den behalte ich jetzt auch erstmal. Auf jeden Fall geht es um unser Commando Sebuca-Platoon, wie man es hier sehr schön sehen kann. Obwohl, das ist gar nicht das Problem, das ist meine Startseite im Moment. Commando Sebuca. Und ja, das ist jetzt sozusagen offen für alle. Ihr könnt einfach euch sagen, dass ihr beitreten möchtet und dann nehmen wir euch an, also Mr. Mensch oder ich. Ja, und unser Stamm-Platoon ist sozusagen, also wo wir immer so kämpfen, ich mit noch drei anderen Leuten, weil wir immer einen von einem Squad bilden möchten, ist einmal Mr. Mensch, P-Gigant und Walde. Moin Leute. Moin Leute, hab ich mir angeschrieben? Hier chatten, hier chatten. Ja, dann will ich auch mal hier chatten. Ah, ich sag mir. Ja. Feierabend, wie das Wisschen. Auf jeden Fall könnt ihr einfach dann, also wenn überhaupt, wenn ihr Battlefield 3 habt und dann auch noch das spielen wollt, dann, egal, dann könnt ihr hier unser Kommando Sebuca-Platoon beitreten. Ihr müsst euch dann einfach irgendwo bewerben und dann sollte das kein Problem sein. und dann könnt ihr einfach vielleicht mal mit uns spielen. Natürlich, also wir sind meistens voll, aber nicht voll, also unser Squad ist meistens voll, aber wir können aber vielleicht gegeneinander zusammenspielen und vielleicht kann man da vielleicht auch das eine oder andere, je nachdem wie viele Leute es sind, kann man dann eben ab und zu zusammenspielen. Das ist ganz cool. Ihr könnt auch dann sogar, also wenn ihr wollt, logischerweise seid ihr im Platoon, dann könnt ihr auch das KSK benutzen, das Clan-Tag, also Platoon-Tag, steht für Kommando Sebuca. Und ja, wir sind natürlich auch, wir sind auch also fast alle außerwalde Premium-User. Moin, Leute! Und dann werden wir natürlich auch die Erweiterung und so weiter spielen. So, und ja, The Gamer Daniel haben wir zum Beispiel jetzt schon aufgenommen, den haben wir vorher jetzt aufgenommen und ja, dann kann man eben auch noch Statistiken angucken und so weiter, verschiedene Sachen. Das kennt ihr ja alles auch. Ich werde ja jetzt hier gar nicht reinklamen. Also wenn ihr dabei sein wollt in unserem Platoon, könnt ihr einfach dabei treten. Wir nehmen euch dann an und dann ist gut, dann seid ihr dabei und ja, wenn nicht, dann nicht. Bis dann, wünsche euch was Feines, das Handfessel ohne Fischnick-Schnack und ciao! Tschüss! Tschüss!